Musik Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hier ist wieder euer Stürmi und heute mit dem Orakel Bayern gegen Köln Ich hab's gerne mit UP aufgenommen, aber der ist im Moment mit Renovieren Ja, am Renovieren, sagen wir mal so Ansonsten hätten wir vielleicht aufgenommen Deshalb kommt auch kein Video auf Stürmi und UP von UP Aber kann man ja verstehen, man weiß ja, wenn man umzieht, ist man immer am Arbeiten So, zurück zum Spiel, also ich tippe mal ein 3-1 für Bayern Ich bin mal gespannt, was ihr so tippt Die erste Halbzeit spiele ich hier mit Bayern Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung Im Tor ist Manuel Neuer, Joshua Kimmich spielt mit Alphonso Davies In der Abwehr Leroy Sané steht mit Thomas Müller auf dem Flügel Und der einzige Stürmer ist Harry Kane Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute Komm, du bist doch schnell genug von sie Ah Ah Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären Harry Kane In diesem Spiel wird Harry Kane eine wichtige Rolle spielen Als Torschützekönig dieses JT-Vereins ist er enorm wichtig Keine Frage, auf ihm ruht so ein wenig Die Taktik, die Strategie Ist schon klasse, wenn du so einen treffsicheren Mann hast So, Müller Oh, Müller, was machst du? Müller Was hat er da gemacht? Der ist schon echt im Rentenalter Ne Quatsch Spaß Nein, das war so dumm Aua Öö Oh Hat der Kane da von den Beinen holt Eie Nicht gut Ob sie dieses Spiel hier weiter so offen gestalten können Ah, wird schwer jetzt Noch stets unentschieden So Weiter jetzt Kimmich Kane Gute Abwehr Ach Die Bayern wollen in Füße gehen Da ist diese Ecke hier die ideale Gelegenheit Ne, ich will ja versuchen weiter weg zu schießen Da kommt die Ecke Ah Ball wird rausgespielt, die Chance erstmal vertagt Hat er den Kimmich da Nein Das ist doch nicht wahr, oder? Tobas Müller Das ist doch nicht wahr Aber der Spieler blockt den Ball ab Oh Ah, Mino Sag ich, Sadamian Nein Jetzt ist Bayern doch ein Mehrzahl Also Hölle sind 100 Zahl Boah, ich wollte gerade sagen Ich habe doch nichts gemacht Ah, Halbzeit 0-0 Mal gucken Wie es ausgeht Da würde ich sagen Bis nach der Halbzeit So, da sind wir wieder Äh, jetzt mit Köln Also ich spiele jetzt mit Köln Ich bin mal gespannt Ob hier irgendwie noch was passiert Äh Ah, muss ich jalla Oh, oh Oh, ich hätte ihn beinahe hier von der Beinahe gefoult Pavlovich macht die Ecke Okay Oh, oh Da fehlte die Power Eine leichte Nummer Es steht 0-0 Beide mit sehr, sehr wenig Das muss man so deutlich sagen Was die Offensive angeht Kaum Chancen Das kann man nicht schönreden Das ist alles andere Oh, was mache ich denn hier So manchmal? Ich weiß nicht Aber Bayern macht hier auch nicht so Der wilde Max Davies Da Erik Da Jetzt ist keiner da, wo ich anspielen kann Oh, oh Er geht dazwischen Platz zum Kontakt Oh Leroy Sane Harry Kane Oh Das ist, weil Köln jetzt einmal ein Minigard Ist mal ein bisschen Ah, der war jetzt einfach zu hart zu druckvoll Um den zu halten Das ist eine tolle Aktion Hm, ja Okay 70. Minute Also noch 20 Spielminuten habe ich Ach Was mache ich denn? Nein, 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 nein Ich Harry Kane Gut gedacht Aber dann geht der Ball Harry Kane Harry Kane Der Arme, der tut mir auch leid Der kam extra in die Bundesliga Um Meister zu werden Tino Hübers Und jetzt, äh, ja Jetzt wird es lieber kuseln Letzten 15 Minuten jetzt Ach du Gott Ach du Gott Hatte ich ihn Ach selke, alter Hämmert er den da drüber Der Licht Der Licht Ich bin mal gespannt, was mit Goretzka passiert nach der Saison hier Ja Ähm, wir spielen hier, äh Ja FIFA Real life kann er nicht mit Power Power Shot, man Ach, Junge Schade Schade, schade Ich hätte es ihn gegönnt Die Partie neigt sich dem Ende entgegen Zwei Minuten sind es noch Ach, schade Selke, alter Davy Selke Ja, Bayern gewinnt hier 1 zu 0 Ich denke mal, dass es ein 3 zu 1 wird für Bayern Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr tippt Äh, haut rein Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen Tschööööööööööööööööön